viele hände schnelles ende christian hat dann wieder seine kreative kreative phase das gefällt mir sehr gut christian ich bin stolz auf dich ich habe obsidian gebaut was hast du vorher falsch gemacht ich habe zwar nicht in den lavasee geschüttert geschüttet sondern einfach nur in ein lavafeld es müssen mehrere lavateile sein oder was genau das halte ich für ein gerücht sind zwei blöcke entstanden gerade das sind drei entstanden jetzt muss ich mich ja mit creepern und sowas rumschlagen aber der creeper der baut das direkt für dich ab ja da schmeißt mich auch mit rein in die scheiß lava wahrscheinlich das kann natürlich passieren das fände ich nicht so cool ich glaube man habe zwei eimer und auf trotzdem immer noch mit einem hin und her hast du dich heute schon bewegt patrick bewegt warum ich meine das ist doch da gespawnt und da bist jetzt immer noch ich habe gemeint eine viertelstunde oder zwanzig minuten und dann bin ich jetzt wieder beigegangen was geweint in der aufnahme fängt patrick erstmal an zu weinen eine viertel stunde dann fängt er an das zu machen ja schön das ist schön und zwar heute eigentlich nur aus der eigentlichen konstruktion war nur zwei leute da das schlimmste ist einer davon war ich und der rest ist alles krank was saufen die gewonnen ja jetzt weiß ich ja genau das war letzte woche auch unsere vermutung aber ja kann durchaus sein dass sie alle krank sind alkohol krank ich finde es immer schön dass wie im postion das mit dem mit dem oktoberfest so schön runter gemacht wird ja erst haben sie irgendwas mit mit im prinzip so als als also landen riesiges also landendorf und das dargestellt und jetzt eben wieder das problem dass er auf dem oktoberfest nervengift ausschenken weil viele über übelkeit und abbrechen klagen ich finde es immer schön da freue ich mich immer ja das muss ich jetzt die am antagab bauen hast du gesagt ich muss mir die am antagab wollen warten aber das war verdammt knapp jetzt hat mich fast in die aber in die schupptes mistvieh haben wir die am antagab ja ich hab mir ja eine schuppse ja aber anscheinend soll das oktoberfest dieses jahr ja gar nicht so gut laufen ist ja gar nicht mal so günstig da stand schon immer rund rum da ist jetzt nur 300 meter lücke noch geschlossen klar weil jeder noch war vorher 300 meter lücke wahnsinn das problem ist auch mein projekt da ist im urlaub und der trinkt sonst immer drei millionen von den sechs millionen maßbier und wenn er jetzt wiederkommt dann 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 läuft das auch wieder dann schmeckt es halt so gut der holt das an das wieder auf na gut wo ist denn die diamant in der hacke der muss vorher jetzt noch in mallorca den bestand ein bisschen dezidieren deswegen konnte jetzt erstmal nicht das ist verpflichtung gut verständlich schweinchen schweinchen überall schweinchen sind wir jetzt gerade alle hier oben wo ist julius ich bin beim schwein da wollen wir uns hier hinlegen dass er öffert mit regnen die sonne scheint der aus kann man die handeln ich glaube es gibt keine melonen das war eine ganz 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 blöde idee da muss ich dich leider enttäuschen oh jetzt ist ein creeper scheiße 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 ja den habe ich gerade angeschleppt weg weg komm her creeper ja fein die richtung ist gut gleich knallt es jetzt knallt es fast gleich nicht da sind noch getrocknete skelette da liegen überall noch erfahrungspunkte rum nehm ich mit alter wie scheiße lässt sich denn da obsidian abbauen schön hart das ist äh härter als diamant deck mich fett da kommt noch einer nein gut er hat noch mehr das bruch das ist der scheiß block da runtergefallen mist in die lava ja ist er noch da nein verdammte axt so axt christian hat eine verdammte axt also hast du eigentlich schon unser ziel schießscheibe gesehen die wir gebaut haben mit christian ja da stand ich daneben wo er die gebaut hat aber unsichtbar wuuh so z-mal ist er gewusst wuuh ähm jaaa mh ich werde jetzt den server zum abstürzen bringen ich bin ein spinne rum dann hau ich dir auf einen Latz wie machst du das gehst jetzt in den meter geht das eisenbahn fahren was machst du dann war ja war er eigentlich schon mal von oktoberfest habt ihr vor irgendwann langen laufbahn dahin zu gehen nein also ich zumindest nehme gibt es absolut gar nichts kann ich mir einen ganzen kasten bier kaufen und krieg ich gerade mal eins und da steht auch noch stammt drauf nämlich noch ein spaten lasst dir raten das ist glaube ich drauf alter was hier ist ich mache ich alle kaputt obsidian ich verstehe echt nicht warum wir es so schön finden solche sachen anzuziehen oder sowas ich verstehe das nicht ich auch nicht und das krasse ist ja das ist im prinzip so auch so anerkannt also zum beispiel denn unser chef unser oberster chef manchmal in lederhose und dörndl rum da kannst du sozusagen bei bmw zum termin dörndl ja genau stimmt den lederhose der rät in meinen dörndl rum der ja da kennt er nix ja so ist er ja also das nächste mal vorstellungsgespräch ziehe ich meinen dörndl an schön ausschnitt ja das gibt bonus punkte gibt richtig gute punkte durch angeschnallt haben wir dann noch ein ender auge ja muss man die tour gucken da ist bestimmt noch welche drin wir brauchen auch noch in der augen wenn man es dann dort drin teleportieren können ich glaube es ist auch ein auge drin noch macht das so gut mit was machst du eigentlich weil ich noch mit dem boot 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 ist nicht alles gemacht zwar am ende total sinnlos weil irgendwie nichts neues gefunden such mal sumpf ja bin ich dabei schlau im millionen aber jetzt habe ich einen schönen sprung gemacht ja ich mache die diamant in der hacke das ist der falsche artikel christian kannst du überhaupt deutsch oder was ich habe gesagt die diamant in der hacke kann ich jetzt ja mit dem scheiß ender auge das ding bauen scheiß ender auge dass das braun ist dann geht es nicht aber ich habe jetzt eine ender du bist du geil ist das in ordnung das ist super am besten nicht bauen gut kann man die wieder abbauen mit der mit der dinge ins hacke dann kriegst du aber nur das auge wieder raus das ist ja geil also christian bau die mal dann hast du noch was zu tun ich habe noch genug obsidian bau die mal ins ender portal ja christian dann hast du noch mehr zu tun bau die mal ins ender portal ich legte jetzt erstmal ich leg die druhe in die druhe das ist ja verrückt das ist wahnsinn ich habe die ender druhe in die ender druhe gelegt kann ich jetzt die ender druhe in der ender druhe noch eine ender druhe reinlegen nein nein das geht nicht so ich habe mein ziel erfüllt das ist gut das ist gut kriegst einen daumen schwarzpulver oder daum christian hier draußen liegt noch hamelfleisch wer auch immer das gebraten hat ja ich habe diese komische säule dahin gebaut welche säule ich herausgucke sich da hinten eine rote säule was eine rote säule kannst nicht so weit gucken oder was ich kann nicht so weit gucken sieht aus wie ein netter quarts und scheiß oder ja ist das sand wo denn wo denn kommen sie mal mit ihr euch darf gerade alles drauf zu ist es noch ein stück nach da jetzt sehe ich es auch hier ist obsidian form sieht er hübsch aus da ist sogar noch welcher drunter drunter klümmt er weg war er hier ist also eine höhle drunter sagt mir meine noch nicht geladene karte äh rinther jetzt sind ja auch überall risse 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 Untertitelung des ZDF, 2020